Hallo und herzlich willkommen zurück zu ClashBand. Ich bin Manu, wir spielen Rayman Leggards und heute mit Thweeler. Ups. Der hat sich auf einmal... ...würfen zu springen. Ne, wir brauchen einen Thweeler. Komm. Ist ein bisschen doof. Sorry. Aber irgendwie verabschiedet sich mein Controller. Immer mehr Spassel. Ja. Nein, Quatsch. Wir müssen da lang. Äh, den nicht, den nicht. Ja, da müssen wir weitermachen. Stimmt. Ja. Haben wir? Haben wir nicht. Und weiter geht's. Scheint wohl schwer zu sein. Weil wir können am Anfang so ein Herzchenkrisen. Okay. Was, was los? Schon wieder. Oh, ich hasse diese Huhngeschichte hier. Moment, können wir den da kaputt machen? Ja, den können wir kaputt machen. Oh. Äh, was? Okay. Froschfliege. Ich weiß nicht, was das ist. Ich guck das noch mal nach. Ich denke, da müssen wir nachher wieder sehr schnell sein. Okay. Weck. Warte. Wie war das noch? So war das. Okay. Irgendwie würde ich springen nicht. Oh, ich wusste das nicht. Ich dachte, der steht da einfach nur doof rum. Zack, weg mit dir. Okay. Das Spiel treibt mich noch in den Wahnsinn. Ach, ich gebe jetzt mal da hin. Ein U kann ich nie widerstehen. Nein. Du hast ja auch nur so ganz wenig Platz. Hat man auch nur. Aber beim zweiten Mal geht es besser. Okay. Okay. Eigentlich ist das ganz einfach. Bloß, ich sag ja, irgendwas stimmt bei meinem Controller nicht ganz. Guck mal, dass ich mir morgen mal irgendwo einen neuen leihen kann. Nach oben boxen. Okay. Okay. Ja, weiß ich wohl. Warte. Da oben war noch eine. Ja. Ja, wir müssen ja diese Loomens ja irgendwann mal zusammenkriegen. Okay. Nein. Puh. Puh. Das Spiel schafft mich. Okay. Das war ja so einfach. Okay. Was? Ah, nein. Ich habe auf die Fliege geachtet. Was? Totalangriff. Was ist denn dieses, wenn du ein Huhn bist, ne? Da bist du nichts, bist du gar nicht. Alles klar. Alter. Meister Froschfliege, mach deiner Arbeit. Ja, bevor Puppi, mach ich erst mal Stuppi. Alter. Ich mach dich halt. Warum schneidet dir das Seil durch? Den verstehe ich nicht. Den verstehe ich nicht. Achso, hätte ich da drauf gefunden? Ja. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen diese Werbesendung aufgrund technischer Störung. Diese technische Störung ist diese Froschfliege hier. Ja, huhu. Ich muss auch erst mal Zeit dazu haben. Da unten ist was. Ja, schön, dass da unten was ist, wo man fast nicht hin kann. Ich muss auch noch gut machen. Ichipf, los, los! Ja, väl? Ach, Ow, SIERP! you're okiz vent. Ihr los… die hier so langsam noch am zahnfleisch wohl über übel ich glaube mein controller hat sich tatswahrhafte verabschiedet denke ich werde diese folge wohl noch überlebt der typ macht mich wahnsinnig poppy poppy immer nur poppy genau mann ey das wird so nix alter was ist denn hier wohl los jahoo aber ich sprengte ja drüber das ist ja doof moment und hat er gar nicht dazu da wieder ich bin mir ziemlich sicher ich bin der trockenwander er will immer irgendwas anderes machen anstatt seiner eigentlichen aufgabe beizugehen und nämlich veräppeln moment es tut mir jetzt wahnsinnig leid dass es so ich gebe doch nicht auf den käse doof ok nochmal das ganze das ist echt knifflig ja danke danke ich hab dich auch gern gerettet was das ist gemein brauchen wir zwar nicht haben wir noch aber besser haben wir brauchen ist auch zu nix zu gebrauchen besuch ich drücke kreis er macht nicht entweder bin ich zu schnell oder er zu langsam geschafft schlimmes level als hühnchen das ganze ja dass wir nicht alle nuns gekriegt haben war ja klar haben nach hause heute dauert das laden aber lange heimgesuchte heute nicht tote oder torte ich bin für tot oder torte weil direkt danach wenn wir das aber wenn wir das ja haben können wir nämlich noch ein spieler freispiel ende wird naja ist mir klar okay der ist da der sich dadurch gut ist jetzt nicht mein ding okay dann müssen wir auch da wieder durch okay das kapiert sowohl den zweck daraus und gibt ein herzchen ich denke hier ist was ich denke denn ich bin was bist du denn für einer ach das ist da wieder ja im moment okay das funktioniert so ja dauert ein bisschen da ist noch einer irgendwo aber ja nie ist klar klar wie komme ich da jetzt dran ex der kuchen zu oder was ich habe übermenschlich gekräftet nicht mal vielleicht wir müssen da rein dann müssen wir da drauf und dann müssen wir erstmal rein dann müssen wir wieder da drauf okay wenn der weg ist können wir rüber sorry okay rein rein ist sie schwer zurück ist das schwerste vor allem die jetzt auf einmal ist sie ziemlich schnell und vorhin war die so ziemlich langsam da muss ich mich auch erst mal dran gewöhnen rein du musst den hier auspuddeln und dann verkloppen okay was muss ich jetzt hier da rein da raus da rum ja ich habe mir gedacht dass ich das nicht schaffe das ist doch gemein jetzt muss ich dann wieder rein ja wenn die so klein sind kann man die gar nicht einschätzen weil die dann auf einmal so übermenschliche kräfte besitzen auch mit dem rennen die sind jetzt wesentlich schneller ok renn 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 oh die kann ja guck die kann da ganz bis nach hinten durch springen und da passiert nix und ich kann nicht fliegen oder was aber das tut mir leid eigentlich bin ich da gar nicht so schlecht bin aber das spiel macht mich schlechter wie ich eigentlich bin nicht hin Samba! Eine Mappe, Samba! Okay, okay. Jetzt muss ich... Samba! Moment, was ist das? Okay, da kommt einer, frisst das und dann muss ich da durch. Probier ich mal. Nein. Nicht jetzt springen. Okay, nochmal. Kommt einer. Ja, ich hab mein Leben dafür gebracht. Achso, das kannst du? Dann kriegst du hier. Arriva an der Marmel, ey. Nach oben, nach oben. Hast du irgendwie den Knopf nach oben, nenne ich, oder? Okay, jetzt muss ich warten. Hier durch. Da runter. Da rum. Okay, jetzt muss ich warten. Nochmal warten. Irgendwas frisst ich da durch. Okay, dann muss ich erst mal hoch. Weil ich will das Ding wohl. Moment, das ging doch. So. Arriva! Das hast du doch immer, oder? Das ging jetzt ein bisschen in der Hose. Wo starte ich denn? Ach da. Ja, alles klar. Ich dachte, ich starte jetzt da hinten schon wieder. Okay, 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 durch. Hi. Lange nicht gesehen. Als wir uns kennen. Okay. Zeig mir echt schon gut den Weg. Oh, da. Oh. Der, der, die Hexerik. Der kommt. Flüchten. Abmarsch. Hat das bis jetzt einmal funktioniert? Oh. Okay, durchhalten. Durchhalten. Durchgehalten. Geil. Das ist immer derselbe Witz, ne? Verstanden. Nasenhaar. Und mir fehlt einer. Der König. Da, 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 schön ganz langsam. Ja, eins, zwei, drei. Juhu. Freigespielt. Passend fand ich jetzt. Passend, sehr passend. Machen wir das doch gleich. Okay. Hm. Ja, komm. Machen wir. Hat keinen Sinn. Muss eh gemacht werden. Oh, da wäre ich gerade mal einer abgestürzt. Nein. Da kann doch keiner ahnen. Jetzt mache ich nur noch Fehler, weil der erste Lauf nicht geklappt hat. Ich sage, der erste Lauf hat nicht geklappt, schon versau ich das ganz schön. Ich sage, der erste Lauf hat nicht geklappt. Oh, snap. Ja, dann. Ich versuche mal von der Weg abzuspringen. Hey, what's up? ich wusste es ruhig den einen fehler gemacht habe das ganze level wird nur noch fehler geben sowas muss ein 1 wie bekomme weil diesmal wieder so sieht das aus so glückslose weiter und noch eins besser hätte es nicht kommen können wir gucken uns das neue stoppt hier an was gibt es denn ein geist mit drei augen wo wir unser erstes tut schon was gelegt wir uns fehlen nur noch 5000 lubens für den nächsten helden zum freischalten auf jeden fall haben wir richtig spaß gemacht wenn das sich immer so ein bisschen anhört als hätte ich keinen bock dann liegt das daran weiß ich nicht das ist so eine demotivierende sache wenn man die ganze zeit so abstimmt aber ist jump and run ist klar abonniert meinen kanal falls es noch nicht habt ich freue mich wenn ihr beim nächsten mal wieder einschaltet like das video kompensiert das video teilt das video falls ich es noch nicht gesagt habe dann sagt es jetzt und ich würde sagen bis zum nächsten mal